Hi Leute, wir sind wieder beim Marvel Now X-Faktor. Wir sind nun beim Secret Wars angekommen, dem letzten Aufbäumen des Marvel-Universums kann man sagen, ja mit den Tie-In-Stories, welche veröffentlicht wurden in die neuen X-Men Nummer 32, 33, 34, 35 und 36. Ja, hier haben wir zwei klassische Storys verarbeitet, da haben wir in den ersten drei Ausgaben, also von den Heften 32 bis 34, wird verarbeitet, Zukunft ist Vergangenheit, ja, und in den Heften von 34 bis 36 wird das Event Age of Apokalypse verarbeitet. Das Problem ist, beide Storys haben mehr als nur einen Plottwist und lassen sich sehr schwer nur zusammenfassen, dementsprechend werde ich auch mal eine Review, um sie möglichst spoilerfrei zu halten und auch nicht euch als Zuschauer zu sehr durcheinander zu bringen, sehr kurz halten. Wir lernen in der ersten Story, Years of the Future Past, ja, die Tochter von Colossus und Kitty Pryde kennen, welche, ja, nun die letztgeborene Mutantin ist. Gleichzeitig treffen wir auch immer wieder auf den Sohn von Wolverine, welcher eben der, ja, äh, vorletzt geborene letzte Mutant ist und beide sollen die Hoffnung der Mutantengemeinschaft nun widerspiegeln. Ja, und während der Sohn von Wolverine mit Wolverine in der Freiheit lebt, weil Wolverine immer noch den Herrschern entkommen konnte, ja, sieht es für Chrissy, also so heißt die Tochter von Kitty Pryde, und, ja, ihrer Familie, welche, äh, in Lagern sich befinden, nicht ganz so rosig, rosig aus. Ja, sie leben, wie gesagt, in diesen Lagern und eben in der direkten Gefangenschaft. Ähm, durch Glück und Arrangement haben, hat sowohl Kitty als auch Chrissy das Recht, ähm, ja, die Lager für diverse Aufgaben zu verlassen. Äh, die Aufgabe ist aber eigentlich, andere Mutanten zu finden, die eben noch nicht interniert sind und diese zu internieren. Aber, ja, Kitty, äh, nicht Kitty, äh, Chrissy benutzt, ja, diese Möglichkeit des Ausgangs dafür, um in ein Labor eines verlassenen Zoos einzudringen und, ja, von deren Vorräten etwas zu mopsen, aus dem sie, ja, eine Säure basteln, äh, mischen können, mit dem sie die Kräftedämpfer, die sie um den Hals haben, ja, zerstören können und damit eben auch dann fliehen können, was dann natürlich die X-Men auch tun. Ja, und nun ist der irrwitzige Plan der, äh, unserer Mutantenfreunde, ja, einen Sentinel auf, äh, Präsident, äh, Kelly zu jagen, ne, nicht Senator, sondern er ist mittlerweile Präsident in dieser Welt, ja, und Chrissy und Wolverines Sohn sollen nun gemeinsam diesen Sentinel aufhalten, bevor er Kelly tötet und damit soll, ja, Kelly erweicht werden, seine Reformen zurückzunehmen und dem Mutanten wieder eine Chance zu, äh, ja, geben. Aber so einfach, wie das jetzt hier dargestellt ist, ist es am Ende nicht, denn es gibt mehr als nur einen Plottwist. Und zwar, es gibt wirklich so viele Plottwists hier drin, dass man es wirklich, wenn ich jetzt irgendwas mehr sage, ich alles irgendwie wegspoilern müsste, ne. Und dementsprechend, das ist einfach nur diese Einleitung, wie diese ganze Story losgeht, ne. Ähm, ja, zeichnerisch finde ich sie jetzt nicht so wirklich pralle, ähm, weder auch von der Kolorierung her finde ich es nicht wirklich gut und auch vom Aufbau finde ich es ist zu textlastig, was sehr am Lesefluss, ja, stört, ne. Und dementsprechend, ähm, ja, die Grundidee, die Story selbst ist an sich sehr gut, gut durchdacht, gut erzählt, eben durch die Wendungen auch nie vorhersehbar, aber eben, ja, es hapert am Lesefluss einfach so ein bisschen, ne. Mein Problem halt mit, ne. Ja, ab Heft 34 haben wir dann, äh, das nächste Event, äh, ja, das nächste Tie-In zum Event Secret Wars drin, welches sich mit Age of Apokalypse beschäftigt. Ja, und hier befinden wir uns eben in einem Teil der Battle World, welches von, ja, Apokalypse, ähm, beherrscht wird und natürlich setzt wieder Magneto mit einer Gruppe von X-Men sich, äh, gegen Apokalypse zur Wehr und, ja, kommen in die Information, dass die Menschen eine Waffe gegen Apokalypse, ja, äh, erworben haben, um sich gegen, äh, Apokalypse zu wehren und so unterstützen nun die X-Men die Menschen und, ja, viel mehr kann ich nicht zu sagen, weil, wenn ich jetzt mehr sage, äh, spoilere ich auch wieder so viel, denn auch hier ist wieder genau dieselbe Thematik. Wir haben mehr als nur einen einzigen Plottwist. Wir haben hier so viele Plottwists drin, äh, ja, dass jedes Heft im Endeffekt immer in eine andere Richtung geht als das Vorgängerheft, kann man sagen, also das eigentlich sind nur die ersten zwei Teile wirklich eine Geradlinik und danach springt das von einer aus, äh, von einer Wendung zur nächsten Wendung. Dementsprechend auch hier werde ich gar nicht mehr zu sagen. Ähm, generell finde ich richtig genial die Zeichnung, ähm, gezeichnet ist das Ganze von Gerardo Sandoval. Äh, Namen kann ich mir immer nicht merken, aber ich habe schon oft was von ihm gesehen und mag seine Zeichnung eigentlich generell, äh, sehr. Ja, sie sind eben auch so schön klobig, äh, 90er Jahre mäßig, ne. Ähm, ich glaube, es dürfte auch der selbe Zeichner sein, der die Titelbilder hier gemacht hat. Nee, nicht von dem, aber er hat auch Titelbilder für die Sammelbände gemacht, ne. Äh, ich habe aber jetzt nur den ersten mir hier vorgeholt aus dem Schlafzimmer, ne. Also hier auch Saber 2 sehr schön in Szene gesetzt. Also wirklich auch die Titelbilder, ne, hier vor allem dann doppelseitige Titelbilder und hier auch nochmal ein doppelseitiges Titelbild. Äh, wir haben einen sehr flüssigen Lesefluss, ähm, obwohl wir zwar auch, äh, einige Kästchen drin haben und zwar haben wir einen Erzähler, ähm, aus dessen Sicht wir die ganze Geschichte erzählt kriegen, aber es passt sich gut ein, also so, dass man nicht jetzt irgendwo der Meinung ist, man wird hier, äh, ausgebremst beim Lesen, ne. Und dementsprechend fand ich die Story richtig gut und eben auch überraschend. Ähm, ja, muss aber auch zu sagen, hier war jetzt wirklich das zweite Lesen wirklich wichtig, also die Story mal im Kompletten zu lesen, weil, ja, damals, wo das über drei Monate erschienen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich gar nicht wirklich folgen, weil eben so viele Plottwists einfach in dieser Geschichte drin sind, dass man dann einfach gar nicht mehr durchblickt. Wenn du mit dem Heft durch bist, dann fängst du mit dem an, dann weißt du schon gar nicht mehr, was hier passiert ist und dann hier nicht mehr, weil einfach zu viele Twists passieren. Und dementsprechend kann ich hier auch nur empfehlen, für eigentlich für, äh, beide Event-Stories, lest sie am Stück, lest sie nicht unterbrochen, äh, weil beide so voll mit Wendungen sind, mit denen man gar nicht rechnet. Ähm, ja, Fazit, äh, das eine ist von der Story her gut, aber hat einen gestörten Lesefluss, weswegen ich es halt eben nicht ganz so uneingeschränkt empfehlen würde, aber das andere, ich glaube, für jeden Liebhaber der X-Men und für jeden Fan von Age of Apokalypse wirklich eine Empfehlung wert, im Blick hinein, ja, ähm, von dem war ich wirklich dann richtig begeistert und, ja, mehr gibt's gar nicht zu sagen. Wie gesagt, würde ich mehr zu den Storys sagen, würde ich zu viel wieder spoilern und das versuche ich mir ja an sich so oder so abzugewöhnen und hier ist es ja nicht nötig, weil es kommt ja keine Story, die weiter darauf aufbaut. Also, war's das auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschöks, Leute!